Ich hoffe es hat sich ausgepuzzelt, denn es ist nicht mehr weit, bis wir zu den Einzel-Challenges kommen. Und eigentlich wollte ich ja auch noch nachschauen, ob dieses Spiel jetzt irgendwie auf Windows 10 läuft. Ich weiß gar nicht, habe ich das jemals noch ausprobiert. Ich habe auf der Starforce Seite gelesen, dass der Kopierschutz irgendwie da oder für Windows 10 funktionieren soll. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich wollte es ausprobieren. Ich habe es noch nicht gemacht, ich bin so junger. Ja, ich schlage mich schon gerade selbst. Aber ich werde es noch irgendwann tun. Aber mein Rechner, der Windows 10 hat, der drüben ist, der ist gerade noch am Berg mit Rändern. Also, ja, wir wollen die nicht unterbrechen, ne? Deswegen machen wir jetzt mal weiter mit unserem Lutz-Blick von Trickmeter Sunrise. Ihr könnt mir erst mal zugucken, bevor ihr wieder selbst schwiegen könnt. Eventuell. Wir schauen mal, wo waren wir? Kein Puzzle. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Kein Puzzle. Oder Puzzle-Zahlen wird es auch. Intros. Das wäre auf jeden Fall scheiße. Press forward. Na, Alter, du bist wieder eine von diesen Strecken. Wie kannst du dann einfach nur gerade ausdrücken? Na, muss ich mich auch noch bewegen? Ah, Gott. Gott, geht ja weiter links, ey. Oh, blöder Controller. Was ist denn los? Ist der wieder so hart durchgenudelt, oder was? Dieser uralte fucking Controller, ey. Toll, mein Xbox 360-Controller ist ja auch nicht viel besser. Der ist auch so hart durchgenudelt, ey. Hart durchgenudelt, ey. Scheiß-Controller. Wieder nach rechts. Moin. Muss überhaupt hinten. Rechts. Links. Boah. Oh, so viele Pfeile. So viele Pfeile. Oh. Ouch. So viele Pfeile. So viele Pfeile. Weiß ich doch gar nicht, wo ich hin soll. Na, und ich bin jetzt ja wieder zurückgekehrt aus meinem Urlaub. Mein Kanal lief ja sogar im Auto-Modus, ne. Ich hab einfach immer nur die Videos eingestellt, dass sie sich selbst freischalten. Um 12 Uhr. Hab man über Dölgeberg. Äh. Wo will ich hin? Ah. Muss ich die Uhr hin? Hallo? War das richtig? Dieses Loch da. Äh. Boah, jetzt bringen wir das Spiel wieder komplett durcheinander. Ich wollte sagen, äh. Ach, okay. Okay, da muss ich hin. Dumme Steiße. Ja, der Urlaub ist vorbei. Der Urlaub ist vorbei. Jetzt wird wieder gespielt. Hahaha. Ah, und ich bin mit meinem, äh, RPG, was ich auch die ganze Zeit spiele. In Nidu Kondi 2 bin ich jetzt auch zu 1000% durch. Ich hab alles durchgespielt. Die Hauptstory, alle DLCs. Alles. Alles. Äh, extra Kämpfe, alle super tollen Waffen eingesammelt. Oh Gott, ey. Wie wir Stunden hab ich da jetzt reingesteckt. Ich glaube, 80 Stunden. Oder sogar mehr als 80 Stunden. Ja, ganz schön viel. Ja, ist ja nicht nur aktive Spielzeit gewesen. Naja, egal. Ich bin damit jetzt durch. Und jetzt spiel ich was anderes gelegentlich. Also, abgesehen jetzt hier vor, ne. Ich rede ja von, was ich spiele, äh, ohne es aufzunehmen, ohne es zu... Ich ja jetzt streamen ja nicht. Äh, ja, also ohne... Also für mich alleine, so gesagt. Ich spiel für mich alleine. Ah, da hätt ich schon wieder. Fuck. Jetzt wollte ich schon wieder da rechts reinfahren. Bock, scheiß. Aber der Urlaub, ja, der war mal wieder bitternötig. Mal wieder. Letztes Urlaub ist schon ein bisschen her. Ja, ich war in so vielen Ländern. Nicht nur Deutschland. Nein, auch in... Ich muss mal kurz gucken, wo hier muss. Auch in Polen, in der tschechischen Republik, Österreich, Luxemburg, äh, Frankreich. Man hat viele Länder. Das war ja allein schon lustig, hier mal nur in Bayern zu sein. Also, die normalen Leute, da versteht man ja eigentlich ohne Probleme. Auch wenn natürlich in der Stadt Moing einfach sagen, grüßt sie. Oder grüßt sie. Oder grüßt Gott, oder was die da auch sagen. Naja, ist halt irgendwie... Das Bundesland ist irgendwie ein bisschen anders, ne? Allein wenn man schon an Niedersachsen kommt. Die haben ja schon einige Bräuche und so weiter, die wir hier gar nicht kennen. Also, jedes Bundesland tickt anders. Und ich ticke mit Silber ab, sehr gut, ich wollte gerade sagen. Gold sagen. Okay, hey, ich danke. In Fertl and Spill. Warte, sieht hier irgendwann was nach Puzzle aus? Ja, Korki sieht nach Puzzle aus. Das gefällt mir nicht. Das haben wir eigentlich immer mit ihnen Trick official. I ford, wie der Sunrise Logo. Und das ist irgendwie beim Bug hier. Ne, da kommt doch irgendwas. okay 21 zu 9 das sieht dann aus wie einen film wo da okay jedes hat sehr lustig gebaut dass hier tonnenweise sieht man ja wie sie gebaut haben aber natürlich weiß wo man hinfahren soll immer auf den gruppen ja man hat natürlich viel gesehen also vom eigenen land und von anderen ländern sturm frankreich war ja mag er war nicht besonders groß wir haben einfach als teil als mucke gespielt oder liefen einfach nur fünf leute rum wow scheiße natürlich in der mitte fünf leute oder so lieben da immer gerade rum was für ein witz was denn hier los hallo irgendwie so viel fahrgeschäfte autoscooter berg und talbahn oder wie die auch heißt breakdance irgendwie alles mögliche war da aber keiner rum das ist so das war auch keine kleine stadt in frankreich und du denkst aber sogar wenn es denn hier los hallo sind einfach jahrmärkte total beliebt in frankreich oder was oder okay es war auch mitten in der woche theoretisch aber trotzdem wenn ihren scheiß jahrmärker mutter ist bei uns dann ist auf jeden fall viel mehr los als bei denen komisch 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 nachdem man gleich ein falsches bild ne ist ja wirklich so wo das wahrscheinlich einfach nur die ausnahme war man mal mit jeder von video machen soll das ist auch so schlecht dass da jemand scheiße okay ich soll darüber scheiße verkackt ich hab mal video davon machen sollen ich glaube ja keiner der nachher mein autoscooter genau ich wollte da die man war jemand im autoscooter ganz alleine die autoscooter alleine kreis fahren und du kannst höchstens die wand ram oder die anderen stehen gebliebenen fahrzeuge ja dafür gebe ich gerne gilt aus ja meine liste ja die ganze gehoffnung und doch einer doch einer doch einer wer denn die leute keine raum und die hatten war keine gebrannte mandeln was ist denn das für ein scheiß die franzosen nicht drauf oder gab es einfach mal so was ist keine ahnung jetzt geradeaus schützt gott aus aber ich habe mich täuschen lassen täuschen teile überall teile ach so ich würde sagen ja ich bin doch von durchs finnis gefahren du hast die silberen medaille gewonnen ja das ist mein ziel und mein ziel ist es kein puzzel kein wird kein puzzel kein puzzel ihr konnte mich nicht gerade ihr konnte mich gerade nicht hören als ich gesagt habe kein puzzel kein puzzel ihr wisst ja wenn wieder nimmt mich auf wenn wieder nicht auf wenn es an der lade eigentlich könnte ich mittlerweile umsteigen auf wir vertrinken aber auch im roten kaffee mittlerweile weiß ich ja so ein bisschen wie das funktioniert aber ja gewohnheit ne man ist bequem mir fällt gerade auf dass es hier der scheiß crazy schreck ist crazy und ich muss crazy silber kriegen ja toll fände super an runde 0 zum glück setzt er dich wenn du am anfang zurücksetzt ja alles wieder zurück wäre ja auch schwach sind wenn ich ne das war super toll das war super toll muss die bitte die ganze zeit hin und her switchen mal auf rennen, mal auf die plattform, mal auf die crazy, mal auf die die gibt es da einen trick wie man schneller ist so auf jeden fall nicht kommen wir müssen in die mitte, wir müssen in die mitte, denn wir müssen ins zieh kommen ich weiß gar nicht was ist dann schlauer gas geben oder den rückwärtsgang reinhauen weil das auto fährt ja rückwärts auch schnell also relativ schnell ich weiß nicht wie schnell das ding bau fährt aber bestimmt schnell wenn der vorwärts so schnell fährt dann muss er rückwärts auch so schnell fahren können irgendwie sind die alle schneller alle wirklich alle ja ich kann meinen weg auch, ja das kann ich auch meinen weg machen ist mir egal aber ich habe jetzt 35 Millisekunden digga ich muss ja richtig hart schneller werden ey da bekomme ich ja nicht mal ein Silber ran der, 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 der bucht mich ja ja gleich aus wie ist denn mein fehler hier, uah nehme ich hier die kurven zu klappen scheiße uäh, super, du hast verloren fuck Dreckscheuß jaaa ich will ja nur Silber haben, ne, aber ich glaube gar nicht wie war das erste mal je 10 Runden war glaub ich eine Medaille scheiße ja oh man oh ich krieg mal den Drehwurm ich krieg mal den Drehwurm ja, ich hab mich selbst überholt yeah, super, toll und wenn ihr die konnten 5 Millisekunden 49 Millisekunden oder ist das wirklich einfach nur immer die ganze Zeit so mega knapp glaub ich nicht bei der einen Map die wir mal hatten ähm da hatte ich immer richtiges Plus ja, ehrlich gesagt Minus Plus ja, wir wissen was ich meine oi, oi, oi oi, oi ok bei 4 gibt's schon Bronze das ist ja super toll so, doch jetzt gibt er mir bestimmt Kante und sagt von wegen ah, du musst schneller werden du musst schneller werden viel schneller aber ich versuche es doch schon aber ich versuche es doch schon wie wisst ja, ne, das übliche wenn ich sage, ähm, ich will 4K spielen das geht natürlich nicht weil dein Rap zu schlecht ist wuh das war wirklich knubbeldreck da bin ah, hier momentan leider momentan ich hab immer kein Geld um mir neuen Rechner zu kaufen ey, müssen wir nur im Besitz fahren also wenn er nur jetzt nicht da gewesen dann, 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 dann nenne ich auf jeden Fall genug Geld das hat nicht geklappt aber nein, der unterhalb haben wir ja gesicht gesagt wichtiger mehr für mich tun mehr Entspannung, wenn du gehabt die größere Ende der Rechner, ne das war leistungsfähiger ich kann diese neueren Spiele und mag schon mal Datei spielen so, vielleicht 4K und so, okay, aber ja theoretisch ist das ja nichts, ne hier sind's trotzdem vor dem Rechner und, äh, spiel ein Spiel auch wenn ich das Spiel dann entspannter spielen kann aber naja hehehe entspannter hehehe, nicht und entspannter dann drehe ich wieder durch so wie bei den letzten Kämpfen von Ni no Kuni 2 mega hab ich mich da aufgeregt das ist immer auch ne Scheiße gewesen ey weil du kannst nicht höher als Level 150 leveln und die allerletzten Gegner wer hätte das gedacht sind knüppel, knüppel, düppel schwer und fast auf dem gleichen Level wie du und auch irgendwelche Superboss Kämpfe das ist so hart und dauert so lange bis du die endlich besiegt hast weil du musst ja auch in einer bestimmten Zeit Zeitfenster töten und, äh, das ist so richtig so richtiger Mist ich weiß gar nicht, war das gestern? vorgestern? irgendeinen Tag auf jeden Fall da bin ich da tierisch durchgedreht und dann hab ich so heftig laut geschrien dass ich dann auf einmal instant, äh heiser wurde hehehe, sehr gut vom Glück hab ich keine Sphere aufgenommen wer kann das so fallen? obwohl das gab's ja auch schon, ne? wenn ich mich an die eine Stunt Strecke erinnere von Trickman and Sunrise hab ich auch so richtig hart und gedreht ich glaub dann wurde ich auch heißer ja, so wollt ihr mich durchdrehen, ne? durchdreht ha, ha, ha ja, so mag ich mich aber eigentlich nicht durchdrehen he, dann spiel ich einfach wieder ein bisschen interessieren Tony Hawk's Post geht ab hier auch mal Playstation 1 dann ring ich mich wieder auf weil das Spiel einfach so mistig ist waaaaaasch? woher konnte es nicht kommen? das kann euch angehen walt, star los walt, star los walt, star los ich muss bestimmt noch zweimal ins Ziel kommen alles nur weil ich nicht perfekt fliege weil ich nicht perfekt fliege weil ich nicht perfekt fliege nein, ich bin schneller also, ich war schneller scheiße hier bist du hier beide ah, 6,4,4,4 ich glaub das lieb nichts ah, super ja, super boah, so hat ein Boomer stand gemacht aber das bringt mich nichts wenn ich nicht reinkommen ins Ziel ja, das tolle ist du darfst natürlich alles von vorne fahren wenn du verkackst yeah da fahrt mich doch nicht hartbock richtig ah, das Karre los schneller wie hab ich denn das freundn gemacht als ich da schneller gewesen bin hab ich denn die kurve genommen nö, anders ha, ha, ha 75 Sekunden was ist denn das oh, ich treff nicht immer das Ziel geiiiil 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 jetzt hab ich vielleicht noch zweimal die Chance ins Ziel zu kommen geiiiil, silber hab ich die nicht, hab ich die rüber genommen oder wat guck mal, siehste, jetzt überhol ich mich noch härter, also muss ich die viel enger nehmen und dann wurde ich mich jetzt überall selbst so, los überhol dich selbst komm komm 69 Millisekunden das ist doch nicht ich krieg gar nicht mal ich ins schnell und das ist das letzte mal oh Gott, muss ich fucking klein nehmen weißt du war kack jetzt schon wie soll ich denn der gold kriegen oder wie würde ich denn die gold kriegen gar nicht ach 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 guck, die musst du wirklich so scheiße eng nehmen ey der net 39 ach das ist wahrscheinlich das letzte mal zu dem war TINA das reicht immer noch nicht ah fuck scheiße dreck fucking dreck scheiße das ist doch eine Mistkacke ey toll alles von vorne alles von vorne verkack 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 das ist crazy bist du häufig Puzzle haste aber ich hasse es von Sinn irgendwas muss ich hier tierisch verkehrt machen bei der Strecke egal ich mach das was ich eigentlich immer nicht was ich immer nicht gerne mache ja ich machs auch wirklich nicht immer gerne und zwar ich fahr jetzt einfach ohne euch weiter und dann sehen wir uns gleich und wir schauen mal ob ich es geschafft hab ne natürlich hab ich es geschafft weil wenn ich aufnehme schaffe ich es immer äh also wenn ich nicht aufnehme schaffe ich es immer so bap offices bap 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 ooo bap 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 Kurven hier nicht eng nehmen, sondern einfach weit oval, so gesagt, dass du mehr Geschwindigkeit hast hier bei der Geraden. Da musst du jedes Mal versuchen, gerade hier rauszukommen. Ansonsten triffst du das Ziel einfach nicht. Mann, ist das dumm. Dumme, dumme Meb. Das Schlimmste ist, irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass ich mir voll gehabt habe.